Tja, man kann sich auch mal ein bisschen hängen lassen, oder? Ja, hab doch auch schöne weiße Zähne! So, anscheinend haben wir die Bruchlandung doch etwas überlebt. Irgendwie. Und wenn ich das richtig jetzt interpretiere, hängen mir den Kopf über wie eine Fledermauskump. Oh, meine Energieanzeige sieht ja auch nicht so prickelnd aus. Die wird öffnen können. Ach, ne, und ein Helmdefekt. Das heißt schon mal wieder nichts Gutes. So, okay. Hauptsache, die Waffen sind da. Und sonst es geht. Hauptsache, die Waffen sind da. Okay. Oh, das Schiff hat es aber ganz schön zu erledigen, muss ich sagen. Also... Das gucken wir mal. Ah ja, gut. Man kann also... Stell dich in der Nähe von Wärmequellen, um deine Körperdannatur zu erhöhen. Okay. Also bei 37 Grad. Und... Wir müssen wahrscheinlich jetzt von Feuer zu Feuer rennen. Ne, das Gift alles zählt nicht als Feuer. Überwachungsleitung gefunden. Ach, da oben ist was. Da oben ist noch was gewesen. Oh, hallo. Jetzt habe ich nicht so viel Zeit. Oh, ja. Gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, bei wieviel grad ich dann versterben werde. Ja, das zählt auch nicht. Ah ja, gut. Also, wenn ich nah genug am Feuer stehe, dann lade ich mich auf. Okay. Na, Hauptsache... Ich weiß nicht, wo es hingeht. Oh, shit. Ziel ist natürlich nicht eingegeben. In der Bank auch nicht. Und in der Zugstation auch nicht. Ist ja wunderschön. Och, ne. Da hinten blinkt was. Jetzt wollen die mich überrollen, oder? So, ich glaube... Ja, echt? Ja, ist ja okay. Bleibt in der Nähe von Feuer. So, damit bin ich wieder bei. Aber wir können ja mal rumgucken. Vielleicht finden wir ja irgendwas interessantes. Ein kaputtes Teil, oder so. Oder irgendwas, was da hinten rum blinkt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, irgendwie. Da schon mal nicht. Da gehen wir auch schon mal wieder zum Feuer. Ah, guck an. So, dann laden wir uns auch schon mal wieder auf. Und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ach, das lässt nach. Schön. Puh, das sieht ja ja nicht so toll aus. Oh, gut. Dann müssen wir jetzt hier runter, denke ich mal. Ne, oder? So, so. Ach ne. Oh, komm mir doch nicht mit so einer Scherze. Alte. Aber sonst geht es ja ganz gut, oder? Also ich muss sagen, du hast echt die Scheiße gepachtet. Aber so was von. 37 kater würde ich mal sagen da kann ich nicht reingucken okay dann heißt es weiter noch nicht was ein platinen upgrade zwei schaden minus einen nachladen das ist doch wieder völlig nachschuldig damit ist ein nachladen so da liegt eine wortkanone würde ich jetzt einfach mal behaupten ist doch schlimm hier wenn man die westform rennen soll so das wird wieder stürmisch und unübersichtlich ja so haben wir das ganz okay schon wieder ein feuer aufwärmen kuschelig warm da fehlt bloß noch die heiße schokolade da wollen wir nicht hingehen weil da sehen wir ja dass da nichts ist das einfach mal sagen weil das aus nach abgrund ist so mein schrottbad mit ja wir haben ein schrottbad mit da wir ja nichts besseres zu tun haben als mitten in der tundra irgendwas zu suchen setzen wir den aus schön wie warum sollte ich warum soll es dir besser gehen als mir so wieder schneesturm glück ich bin gleich wieder und hoffentlich etwas wärmer okay doch keine video sequenz da ist ein kiste und dann gehen wir mal rein ach hier ist das restliche schiff cool wie wenn du sie dort damit seiner scheiß elli immer der hat einen anderen macker ekelhaft sie kloppt das war der der sich da hat die sache noch mal durch den kopf gehen lassen aber 37 grad das ist cool was haben wir hier video nachricht wartet okay abspielen ja ich bin am leben gut dann hätten wir die schöne video sequenz auch gesehen ist ja nett dass sie mir noch nichts besser zu tun hat als noch ein ding start zu lassen jetzt auch hier ist so schön alles zusammen gefallen okay gut sie hat mir also eine nachricht hinterlassen die gute stude hat meine nachricht hinterlassen so ich freue mich jetzt hier einen weiteren erst ab oder wie ich sag mal wie muss ich überhaupt noch hin da auch kann man mal gucken was da oben ist ist da oben was ist da oben was da oben blinkt was aber hier munition ja noch mehr munition ich liebe munition ich kann mir nichts besseres vorstellen habe ich meine schule cool meine fußstöpfe so ich denke mal die rote markierung zeigt wo wir hin müssen da gehen wir schon mal kurz aufwärmen möchte jemand einen etwas gekühlten sitzplatz ich stehe dem feuer ich verarschen hätte verstehst du direkt dem feuer der fritzischen ast ist ja klar soweit okay halt nur das dem auch besprochen so dann folgen mal den so da ist nichts den fackeln so bei fackeln hauptsache der hat uns fackeln hinterlegt ist ja nicht okay ich meine schlimmes so muss ich wieder den bergen unter hüpfen oder was alter okay das hüpfen hat sich wahrscheinlich gerade hiermit erledigt was war zur hölle das die körpertemperatur so haben wir schon mittlerweile im ziel ne immer noch nicht mehr wunderbar richtig so der test wir müssen jetzt noch irgendwas auch nicht feuer auch nie überhaupt irgendwas ne ich will noch was auch sachen als nö gut das ist ein klappergestell so müssen jetzt eigentlich hin haben wir hier ein tür und was sagt mit der tür dass ich eintreten darf dass da jemand liegt text lockt oh ja dann schauen wir uns mal den text lockern kloch sind hier ist dort menge die war ein tor oder oder ne bei 27 schreiten das wird menge los das nachschub da 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 wenn wir wichtiger als meine marken knurren sein so da habe ich will einen generator den können wir anschmeißen das cool der auto anschweißen naja ok ich noch mal spielen die theatralische musik ja du mich auch mit einer politik die zählen auf uns würde sagen sehr weit seid ihr ja nicht gekommen mit einer kolonie ich diese musik schon wieder hört er geht mir schon wieder das messer warum finde ich eigentlich so viel munition sucher bot wartet an der bank da ist ja schön dass er schon mal eine bank gefunden hat der sucher bot nicht gut also das kann ich jetzt nur für gut reden sucher bot du hast eine bank gefunden schön dann verrat mir wo na gut dann hier hoch halt alter so und was sind wir hier oben hier oben ist noch windscher ne ich habe sonst nichts zu tun alter falter so ich muss ja sagen sehr stabil sieht die ganze schoss hier auch nicht aus alter ich muss ja sagen ich hätte da persönlichen schiss hier lang zu lösen so aloha ne hauptso aloha du bist immer so in aloha ganz mal aloha hesen so wo sind wir jetzt hier gelandet waschbeckner Ah, das sind sowas wie Aufwärmstationen sozusagen. Jetzt haben wir kein Feuer mehr. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nicht so schön. Ah, Ellie. Okay. Ellie, wie bist du das? Oh, was haben wir das bedeutet? Tja, ich würde sagen, die hört uns wahrscheinlich nicht, aber wir hören sie. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, was haben wir hier? Oh, und eine Bank. Wir haben eine Bank gefunden. Guck mal an. Hauptsache eine Bank gibt es hier. Ist ja schon mal schön. Also, Überwachungsladung, Platine und ein Sucher-Bot. Ding, 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 ding. Oh. 50, ne? Auch nicht ganz. Neu. Was haben wir denn? Ne, halt. Da, da waren die Pläne neu. Was haben wir denn hier? Neu. Ist auch nicht neu. Ne, ist nicht neu. Nicht neu. Auch nicht neu. Ne, ne. Ach doch, du bist ne. Eine Dual-Aconone mit verschiedenen Taktik ermöglicht, so modifiziert, weil das automatisch nachläuft, sobald das Chip leer ist. Okay, was haben wir hier? Waffen-Upgrades. Da haben wir was. Aha. Ne. Ne. Ne, Platine herstellen. Was kann man denn jetzt herstellen? Äh, nur so ein Rummel. Haben wir alles schon. Okay, was haben wir hier? Auswählen. Teile verkaufen. Oh, wir können sie verkaufen. Gut, dann verkaufen. Gleich mal den Rums. Ich sage, wir verkaufen einfach alles, was wir nicht brauchen. Und gut jetzt. Wenn wir es nämlich bräuchten, hätten wir es eingebaut. So, ich weiß jetzt nicht, was das unbedingt jetzt ja gerade bringt, aber... Okay, das war es denn hier schon. So, dann wollen wir mal weiter. Weiter, 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 weiter. Tja, mal gucken auf die Uhr, wie spät es ist. Na, Uhr. Uhr. Ach, ein Königreich für eine Uhr. Uh, uh, uh. Ich sollte das spielen, ich muss das Spiel spielen. Haben Sie schon mit 1,20? In der Nacht, versteht sich. Also nicht das, wie wir hier so hören. Nicht, dass er denkt, ich spiele das Ding am Trage. Nee, he, he. Weit gefehlt. Ich gehöre zu den Kunden, die spielen das mitten in der dusteren Nacht, wo alles ruhig ist. Das Schöne ist ja, wenn ich hier auch auf und zu mal erschrecke, einfach so und das Grund gibt, dann gibt es auch manchmal an dem Hasen, den wir zu Hause haben, weil der macht manchmal Krawall. Und das sind meistens auch in die ungünstigsten Momenten. So. Nee, mein Rick funktioniert immer noch nicht. Ist ja, aber das ist ein Herzchen. Ach, da lang. Gut. Da blinkt etwas. Oh, was für ein Zufall. Ein Upgrade-Plattine. Haben wir schon alle versterbelt. Zwei Schaden, ein Widerstand. Ach, hier wird das ein Rums. Okay. Die Ruhe vor dem Sturm. Kommt wieder irgendwas? Ich soll doch mal rennen. Ah! Ich soll dich rennen. Alter! Boah, höre mir auf. So, und jetzt sollte ich aber ganz fix irgendwas finden. Was ist hier los? Ich weiß noch was, warum ich gerade richtig renne, aber ich kann auch schon irgendwo hin. Höhöhöhöhöhö. Da, da, da ist was warmes. Gut. Ist auch schon mal, zumindest auch schon mal zum Aufwärmen. Aber ob ich hier risch bin, das will ich jetzt auch noch nicht risch. So, auf die Tür und rein hier. Na, wie gehabt, ein Generator zum Anwerfen. Ah ja, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. So, wir haben hier. Komm, Kompressor. Und eine Munition. Oh, ich glaube, da bin ich nicht ganz richtig hier. Ne, egal. Zumindest habe ich das schon mal wieder. Habe ich mich erst schon mal aufgewärmt? So, schauen wir mal. Müssen wir wahrscheinlich noch weiter hoch, oder? Ne. Wieder runter. Scheiße, muss wieder runter. Ach. Ich muss gleich noch mal rennen können. Na gut, ich habe was gefunden, das ist ja mal was Schönes. Ein Waffenteil. So, hier waren wir vorhin. Fortschritt speichern. Das heißt doch bitte, dass irgendwas gleich kommt. Wenn man Fortschritt speichern, kommt irgendwas. Was haben wir denn hier? Was? Ich muss doch kommen, ja. Hättet ihr euch noch unbedingt hier gebraucht? Mann. Ihr seid ja wirklich das, was ich auch noch brauche. So, was haben wir hier? Na, Alter, was ist die Vieh für Vieh? Dich auch freigelassen. Mhm. Du weißt, wo du jetzt herkommst. Uh. So. Ist da so... Äh, ne, da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Ach, scheiße, doch, ich gehe ja schon mal hoch, will ich mich wieder aufwärmen. Ah, ist schon wieder du. So, lass mich doch zufrieden. Ah, 24 Grad, ich schaff's noch. Boah, 23 Grad. Oh, nee, die Viecher, die gehen mir auf den Nerven. So, zumindest will ich auch schon mal, dass hier irgendwas ist. Da ist aber leider unten, ich weiß auch, was ist. So, aufwärmen. Gut. Und gleich mal runtergesprintet, würde ich sagen. Und dann auf die Leiter hoch. Leiter auf die Leiter, ne? Oder so in der Art. So. Da liegt noch das vom Vorgänger. So, dann wollen wir mal hier hoch. Komm, hopp, hopp. Ich habe nicht so viel Zeit. Denn ich lebe hier nicht ewig. Ding, ding, ding. Munition. Nee, oder? Was haben wir denn hier? Komm her. Ah, muss ich auch noch hinrufen. Toll, wegen dem Artefakt renne ich hier zu hoch. Ach, nee. Nee. Jetzt bin ich wieder bei 29 Grad. Jetzt renne ich, jetzt muss ich in der Noten rennen. Ich habe es geht auch wieder nach oben rennen. Da war ich nie fertig, wenn ich jedes Mal nach oben feier. So, dann ab wie nix nach unten. Unter Hoffnung, dass ich... Ach, toll. Wieso bin ich erst nach oben gerannt? So, gleich nach unten rennen können. Boah, das ist... Das könnte ich... Nee, nee. Könnte ich jetzt aber auch gerade wirklich sowas von fluchen. Und... Oh! Alter, schritt mich nicht. Mann. Oh, Mann. So. Hauptsache, ich habe dich mit reingenommen. Ein Textblock. Also, wir könnten ja schon mal wieder aufwärmen. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des H2. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt ist das zum Aufwärmen. Cool. Ich habe ein Sucher-Bot gefunden. Ist aber nett. Das, was ich brauche. Ein Sucher-Bot. Gut. Oh, nö. Und dann kommen sie schon wieder. Ja. Ja, komm her. So könnten wir gerne alle kommen. So. Ja, gut. Oh, ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. So, ich würde sagen. Dann gucken wir mal. Einfach mal da hingehen. Tja. Ja, ich habe nichts besseres zu tun, als eine Sucher-Bot abzusetzen. Gut. Dann würde ich sagen, dann gehen wir schon mal wieder hoch. Aufwärmen. Boah, ich hasse dieses. Der ist ja richtig beschissen hier mit diesem Aufwärmen. Boah. Vor allen Dingen, weil es ja schon abkühlt hier. Komm, geh auf. Ach so, das tut sie auch immer wieder auffüllen. Ist ja interessant. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Dann habe ich doch das viel ich noch drinne. Bäh. Gut. Na, komm mal rauf. Ja, ja. Ruf du die Polizei. Jetzt müssen wir mal herunter sprinten. Irgendwohin. Immer den Leuchtfackeln. Ja, gut. Ich will immer den Leuchtfackeln. Ich schlurfe jetzt einfach mal da lang. Bin ich jetzt hier. Ah ja. Was ist denn das jetzt? Boah. Jetzt kommen die Fieger auch noch hinten. Der geht mich auch. Na, Alter. Lass mich doch das oben. Oh, ist das. Wieder brustig. Na, Alter. Na, Alter. Na, Alter. Na, Alter. Na, Alter. Na, Alter. Oh, ich bin ja nicht, wir halt. Ja, da. Boah. Ich bin ja nicht mehr. Na, Alter. Gut. Was ist das? Was ist das? Oh, ist das? Ja, ich bin ja. Da, da lang. Da, da lang müssen wir. Oh ja. Gut. Auf die Tür. Und, wunderschön. Das neue Tesla-Kern kann ich nicht aufnehmen, weil Inventor ist voll. Tja, dann würde ich mal sagen, dann benutzen wir mal diese kleinen Midi-Kets. Achso, das war's schon wieder. Gut. Tesla-Kern. Ne. Das. Danke fürs Gespräch. Okay, das heißt, ich komme jetzt hier noch nicht lang. Ach, nö, nö, nö. Na, komm auf. Dann sind wir wieder raus in die Kälte. Wo sind wir hin? Da ist noch eine Fackel. Ah, da mal reingucken. Boah, schau mal diese Fieder. Haut mir ab doch. Boah, Alter. Ah, ne, 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 ne. Hier können wir noch mal Möller auf Eier gehen. So. Na, geh auf. Okay. Na, und los jetzt hier. Und, geh auf. Oh. Der sieht ja gar nicht gut aus. Das wird aber wahrscheinlich böse, wie der aussieht. Aha. Okay. Oh, okay. Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also, haben wir, haben wir nicht nachgesehen. Ah, ja. Backel. Okay. Ich würde sagen, das hätte sich wohl dann mit ihm auch erklärt. Und, beziehungsweise, geklärt. So. Da ist ein Applaus. Muss ich jetzt den Boss machen? Ne. Was? Drücke. Rufet. Das haben wir ja so. Ah, da drüben ist eine Bank. Ich sehe eine Bank. Da ist eine Bank. Und da sind irgendwas anderes blaus. Da müssen wir wahrscheinlich mal daneben gucken. Okay. Um Herze. Und immer noch nicht gut. Oh. Ne. Toll. So, schauen wir mal. Irgendwie muss man daneben bekommen. Ah. Da sieht es wieder aus. Da ist ein Fortschritt gespeichert. Speichert.